Selma kommt aus der Türkei. Ich lebe schon seit 41 Jahren in Deutschland, bin verheiratet, habe eine Tochter, also ich habe überhaupt kein Modell, ich habe keine Idee eigentlich, ich gucke mir das Holz an oder den Baum, der Baum guckt mich an, manchmal gucken wir uns monatelang an und irgendwann mal sagt er, was er will und ich lege los. Holz ist etwas Lebendiges und das ist es, was mich so fasziniert am Holz. Das war ein Wurzel von meinem Garten und als ich das gesehen habe, habe ich schon den Kopf gesehen, die Frau gesehen, nur sie hatte keinen passenden Körper. Und als ich dieses Holz bekommen habe, habe ich einfach experimentiert. Das war ein Wurzel von der Türkei. 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 Das war ein Wurzel von der Türkei.